Ja, okay, das ist einfach etwas kreativ, würde ich sagen. Soll lieber weiter Dschungelcamp moderieren? Ja, das wäre vielleicht echt mal eine Idee. So als Zweitjob. Ich habe der CDU schon mal vorgeschlagen, 16 Jahre die Klappe zu halten. Echt, ich kann es nicht mehr hören. Diese 16 Jahre sind jetzt echt oft genug gefallen. Lasst uns lieber auf die Zukunft gucken und die Ideen für die Zukunft umsetzen. Wie hat er noch Klebstoff im Haar? Nee, tatsächlich nicht. Meine Haare sind gesüchtig, das funktioniert. Wenn wir alle so engstirnig durchs Leben laufen würden und der Rest ist etwas krude geschrieben, ja, ist schon schade, wenn es nicht um Inhalte geht, sondern einfach nur um Beleidigungen vorneweg. Die CDU ändert ihren Auftritt mit einem Logo. Was habt ihr denn erwartet? Inhalte? Naja, das eine tun und das andere ist noch viel, viel wichtiger. Wie gut, dass wir da schon ein Stück weiter sind. Es wird alles schade. Min. Ja, das ist noch ein Stück weiter. No, ich weiße nicht. Wie gut, dass wir das nächste Mal haben. Wie gut, dass wir da sind. Es wird dann auch nicht geschehen. Vielen Dank.